Hallo! Den Tügel im großen Lernen. Halt den nur auf Distanz. Nur mit Push-A-Shank. Und dann gehst du vor, nächstes Mal geht aber kein Goliath. Push-A-Shank, Stab-Kick. Was? Wenn er kommt, Step zurück und den hintere Fuß abziehen. Okay? Oder fordere, wenn er so kommt, dass er nicht auf den Kopf kommt. Okay? Aber immer auf Distanz. Wenn du ihn an der Linie hast, nur mit Push gehst. Geh nicht drauf losrenn. Langsam vor und immer Push. Push, Push, Push. Okay? Wenn er Fahrer schießen will, mach Push und gleich noch mal Push schieben. Und nicht so den Block, dass der hinfällt oder raus. Okay? Puh! 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 Das ist auch mit rechts und zu tief geschaut. Das ist einmal der Punkt, oder? Lockschuhe now. Aber der ist anderer Seite, oder? Nein, der ist sehr gut. Den Trevissen im Foto von Mauer. Ja. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.